Der nächste Berg, Honig, ist fertig. Es ist Sonntagmittag. Was macht der Imker? Er füllt Honig ab. Diesmal Brassika-Honig und zwar Bio. Denn Honig könnt ihr bestellen bei uns im Webshop www.imkerzentrum-eimeldingen.de. Da könnt ihr es im Webshop bestellen. Ich werde auch noch mal einen Link unten in die Videobeschreibung machen. Dass ihr einfach draufklicken könnt. Im Shop haben wir den Honig nicht als Bio ausgelobt, weil wir sonst extra noch mal 500 Euro Zertifizierungsgebühren bezahlen müssen. Dann müssen wir die 500 Euro auf den Honig draufrechnen. Das machen wir nicht. Das wollen wir euch nicht belasten mit dem Geld. Aber es ist Bio-Honig. Es ist garantiert Bio-Honig. Ihr bekommt auf jeden Fall nur meinen Brassika-Honig im Webshop. Auch wenn er dort nicht als Bio ausgezeichnet ist. Ihr könnt euch drauf verlassen. Pois让 ich die Eile für nodig sein. Und jetzt können wir uns Zak��. Also wieder einmal eine Embraph-Zand話 gehst. Wenn ihr recht眼hen könnt, dann den In间� Das war hier in der Zeit! Vielen Dank.